Der Kern jedes gesunden Unternehmens ist die Liquidität. Egal ob Simons Zwei-Mann-Fahrrad-Werkstatt oder Andreas Logistik-Unternehmen mit 160 Mitarbeitenden. Um Waren einzukaufen, Löhne zu bezahlen und Investitionen zu tätigen, brauchen beide stets ausreichend Liquidität. Eine sogenannte Geldfluss- oder Cashflow-Rechnung ist eine wertvolle Ergänzung zur Bilanz- und Erfolgsrechnung. Sie gibt die Entwicklung der Liquidität wieder. Die Geldfluss-Rechnung zeigt auf, wo die flüssigen Mittel herkommen und wohin sie fließen. Dabei wird nach Tagesgeschäft, Investitionen und Finanzierung unterschieden. Während sich größere Unternehmen ganze Abteilungen eigens zu diesem Zweck leisten, muss Simon als Selbstständiger seine Liquidität selbst im Auge behalten können. Zum Glück arbeitet er mit dem digitalen Finanzassistenten von Valiant. Damit hat er seine Liquidität und Geldflüsse stets unter Kontrolle. Und er kann sogar für die Zukunft planen. Der Valiant Finanzassistent errechnet automatisch eine Prognose der Liquidität. Dank der neuen Multibanking-Funktion werden dabei auch Simons Konten von Drittbanken berücksichtigt. Mit dieser einfachen Funktionserweiterung konnte Simon seine Effizienz steigern, Kontoüberzüge vermeiden und sein Geschäft durch strukturierte Investitionen weiterentwickeln. Schnell erkennt auch Andrea das Potenzial für ihr Unternehmen. Denn mit dem Valiant Finanzassistenten kann sie sich die komplexen Geldströme in ihrem Unternehmen automatisch aufzeigen lassen und alle Angaben gleich exportieren und herunterladen. Ob als selbstständiger Kleinbetrieb oder als Unternehmen mit eigener Finanzabteilung. Mit Hilfe der kontoübergreifenden Geldflussrechnung des Valiant Finanzassistenten haben Sie die Liquidität Ihres Unternehmens immer fest im Griff. Valiant – die Bank, die es Ihnen einfach macht. – das kontoübergreifenden Geldflussrechnung des Valiant Finanzassistenten – in der Deutschland, die einzelnen Absatz optimale erhältstätten. Vielen Dank.